Sie sind hier, 5. August 2018, 10.37 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Bobby Duncan wechselt zum FC Liverpool Urheberrecht Getty Images Liverpool freut sich über die Verpflichtung von Bobby Duncan. Dieser gilt nicht nur als großen englische Hoffnung, sondern ist auch der Cousin von Steven Gerrard. Drei Jahre nach dem Abschied von Vereinsikone Steven Gerrard 38, hat der englische Spitzenklub FC Liverpool nun dessen Cousin Bobby Duncan verpflichtet. Der 17-Jährige kommt aus der Jugendabteilung des englischen Meisters Manchester City zum Team von Teammanager Jürgen Klopp. Bei den Citizens entschied sich Liverpool-Fan Duncan gegen einen Profi-Vertrag, ich bin stolz zu verkünden, dass ich beim FC Liverpool unterschrieben habe. Ich habe so lange darauf gewartet, zu dem Klub zu kommen, mit dem ich aufgewachsen bin und den ich immer unterstützt habe, schrieb Duncan bei Instagram, der Nachwuchsstürmer gilt als große Hoffnung im englischen Fußball. 2016 hatte er in einem U-16-Länderspiel gegen Brasilien Geschichte geschrieben. Beim 4-3-Sieg avancierte er zum ersten englischen Spieler der Geschichte, der gegen die Südamerikaner einen Hattrick erzielte. Von Sportinformationsdienst Untertitelung des ZDF für funk, 2017